da kommen wir eh wieder gegner oder auch nicht hier war sie ne da ist der platz von ihr wo sie war wo sie so umgechillt hat kommen geben geben uns direkt mal nach oben ok das ist eine wasserspeicherung das heißt ich halte das wasser an leute ich dachte echt nicht dass ich da jetzt ankomme ok da habe ich jetzt wirklich nicht reingekommen hochgehen alt neu wasser anhalten ist nicht lustig kommen bitte wenigstens nicht mehr diesen boss umhauen nein dankeschön machen wir das noch vorher einmal kaputt machen wir das ja neu leute 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 bin ich froh wenn das projekt vorbei ist hat ein kumpel von mir recht gesagt irgendwann hast du denkst du hast du echt nur noch dass es vorbei ist und ich bin mittlerweile auch glaube ich schon fast so sich sagt hey jetzt endlich durch haben das spiel kumpel hat auch gesagt dass er das damals nur durch gespielt hat wegen diesen punkten weil er die punkte haben wollte darum hat das spiel durchgespielt sonst hätte er sonst hätte er nicht mehr weiter gespielt gehabt ob einen gewissen punkt hatte er zu mir gesagt es verlust sich mit diesen und die ganzen dingern dabei diesen ganzen special tricks nur halt das mit den tasten ist halt noch bisschen blöd weil die wirklich so alle direkt aneinander geordnet sind das war es wirklich nicht so schön wirklich nicht so schön ist zu teilen dadurch warte warte mal das kommt man bestimmt durch aha da kommt man mich durch und hier gibt es schon irgendwie so ein bonus track action nein das war es außer langweilig dachte hier wäre irgendwie so eine statue wieder drin da muss ich ehrlich sagen verdammt guter punkt für eine statue das ist auch noch mit wasser time und wieder höher 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 nein hoch ok wieder wasser time und wieder wasser timen und jumpen und wieder anhalten und wieder rüber ja doch knapp ich habe nicht gesehen dass ich das neu machen muss ich habe doch alt gedrückt ein alteres popo also alter leute lang mit uncool durch das sind bitte time und nein sagt nicht muss die ganzen action da noch mal machen hoffentlich war irgendwo davon und save point ja dankeschön vielen herzlichen dank das habe ich gesehen ich bin zu früh abgesprungen ich habe gedacht das trifft mich jetzt das nicht schon neu machen ja so bräuchte schon mal das ist uncool weil man das echt blöd timen kann das ist jetzt blöd gewesen aber wir lassen sich aus der ruhe bringen und machen direkt noch mal mann wie fair war das dann die konzentration lässt echt nach leute ich würde das hier noch gerne schaffen bevor ich einen cut mache man kann euch tippen kann man als ich erst mal eine runde durch die gegner geben jetzt ja mehr leben wieder das heißt es ist nicht so schlimm also hier dürfte ich eigentlich nicht verrecken machen wir einmal den hier noch weil das total geil ist ist noch immer ein safe freund das war blöd leute noch neu leute noch neu macht das neu oh das ist uncool weil das ist echt böse getimt ist das ist das ist das die 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 das das die 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 Ah, meine Finger. Ach, komm schon. Ein dickes, zwei dicke, zwei dicke, zwei dicke Dinger, das ist ungewöhnlich. Ich hab grad irgendwie was gehört, als hätte hier irgendwer antimuted. Vielleicht da mit den Großen nicht mehr so viel antun. Oh, das sind die Dinger, achso. Achso, das sind die Lustigen. Achso, ich versteh wieder alles. Aha. Ja, frem deine eigene Dinger aus dem Weg, das ist geil. Oha. Kommt mal her, hier, wir spielen ein bisschen Party. Kommt mal her, hier, wir machen Party, yeah. Komm, mach die mal tot hier. Dankeschön. Oh, ihr seid ja auch nix zu gebrauchen. Hier stehen immer noch welche. Kommt mal wieder. Na, ich bin egal. Na, kommt. Na, kommt. Das muss man nicht so töten, doch, ne? Wah, 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 loll. Der eine rennt gegen den anderen und sage ich, außer Gefecht. Oder war das so, dass du die dann mit dem Power-Heap angreifen musstest? Ach, komm, wisst ihr was? Ich ziehe euch einfach so ordentlich Damage. Ich ziehe euch einfach so umgedreht. Was für ein Penner? Ich komme hier nicht raus. Uncool. Ja, ich werde den Kampf jetzt noch machen und danach werde ich dann gepausieren erst mal. Wartet, ich warte einfach, bis alle hier in die Mitte kommen. Oder bis hier einfach von denen umgelaufen werden. Ich werde aber jetzt immer zu denen, dass die den übelsten Schaden mit abkriegen. Alter, habe ich den da, der Mensch gemacht. Guckt euch mal an, wie sehr, wie sehr der zu Sand wurde. Oh, die kloppen sich gerade selber um. Macht ihr mal tot hier? Dankeschön. Hey, kommt mit, ich bin der Cowboy der Indianer. Hey, kommt mit, ich töte den jetzt hier. Hey, ich kill euch beide jetzt übelst. Nein, der eine lebt doch noch ein bisschen. Leih, ich habe schon wieder genug dafür. Ich kann das irgendwie voll dauerst beim gerade. Komm her. Oh, jetzt, nee, komm, ich will nicht mit den Spielen gehen, ich bin einfach tot. Ja, und da vorne spawnen noch so ein fettes Ding. Genau, und das Spawn jetzt nur richtig fetter. Puh. Ich meine, das ist ja nicht viel. Ach, shit. Ich habe keinen Sand mehr dafür. Ich hoffe, man hört die Maus nicht immer zu laut klicken. Man sagt nämlich, wie oft ich klicke. Also, klicke, 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 klicke. Da kann man auch in Ruhe auf ihn raufjumpen und mehrfach angreifen, sonst töte man ihn nicht in den Stoß einweg. Und da haben wir ihn wieder gespeichert. Aber ein Update ist verfügt bei der Hunde uns direkt. Dieses Update ist gesperrt. Lol. Dieses Update ist gesperrt. Du kannst nur markierte Updates kaufen. Und ich dann noch irgendwas für Hochspiel. Was hast du denn hier? Flammenspur erhöht... Erhöht Länge, Dauer und Schaden der Flammenspur. Was dann maximal maximiert den Schaden, den deinen normalen Schwertattacken verursachen. Na, das hört sich neus an. Machen wir das erstmal hoch. Erhöht den Schaden, den deine Luft... Stiche verursachen. Wir haben keine Punkte mehr. Ich würde sagen, ich hier verabschiede mich erstmal für euch. Ähm... Bis zum nächsten Mal. Euer kleiner Tom. Tschüss. Hey, sagst du Tschüss, weg. Aua. Tschüss. Hey, ich kann die Aufnahme nicht passieren. Meine Taste zur Aufnahme gingens. Geht nicht mehr. Das ist jetzt ziemlich blöd. Uhu. Ich pausiere doch die Aufnahme. Ich halte die an. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Moment. Ich gehe einfach so zurück. Und wenn ich jetzt das Spiel beende, geht es auch aus. Darum würde ich sagen Tschüss.